Ein Gerät, das jeden militärischen Satelliten der Welt kontrolliert, ist vier wirklich sehr gefährlichen Leuten in die Hände gefahren. Wir brauchen jemanden, der sich wie sie bewegt. Wie sie kämpft. Zeit, ein Patriot zu sein. Es gibt keine Patrioten mehr. Nur Rebellen und Firmen. Und was sind Sie? Ich bin Triple X. Ich werde Ihnen Ihr Team vorstellen. Ah, da ist ja das Red Bull-Aushängeschild. Ich brauche keine Clowns, die auf mich aufpassen. Wem vertrauen Sie dann? Den Guten, den Extremen und den Komplett durchgeknallten. Los, Halt die Welt! Nein, 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 nein! Also mit dem Team kann ich arbeiten. Los geht's. Erfrischend. Du hast recht sehr talentierte Finger. Ja, das hat sie auch gesagt. Wow. Das heißt, diese Geister würden echt Ärger machen. Sie haben ja keine Ahnung, mit wem sie sich anlegen. Was auch immer du suchst, du ziehst dabei den Kürzeren. Heißt das etwa, du bringst mir kein Frühstück ans Bett? Wir sind bereit zu sterben, um die Welt zu beschützen. Was ist mit dir? Ich lebe dafür. Schätze, wir sind jetzt im gleichen Team. Bereit für etwas Spaß? Ich gehe runter. Ich gehe hoch. Ich drück's mal einfach aus. Treten Sie ein paar Arsch. Schnappen Sie sich das Mädchen und sehen Sie dabei cool aus. Verdammt, ist es gut, wieder hier zu sein. Ausgedrückt. Sie sollen in ein paar Arsche treten. Und dabei möglichst cool aussehen.